reparlamentarisiert haben, also insbesondere Entscheidungen über Eingriffe in Grundrechte dorthin zurückgebracht haben, wo sie hingehören, nämlich in die Parlamente. Was wir weiterhin sagen können, ist, dass der Bericht ja nochmal besonders unterstreicht, dass man sehr genau auf Nutzen, aber auch auf Kosten der einzelnen Instrumente schauen muss, auch insbesondere die psychosozialen Folgen müssen in die Kosten-Nutzen-Abwägung oder wie wir Juristen sagen würden, in die Verhältnismäßigkeitsabwägung mit einbezogen werden. Hier ist lange Zeit, dass Leiden insbesondere junger Menschen, Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten nicht ausreichend berücksichtigt worden und das muss noch stärker eine Rolle spielen. Wenn wir diese Dinge, also empirische Evidenz, vernünftige Kosten-Nutzen-Abwägung, auch unter Berücksichtigung der psychosozialen Folgen, auch der ökonomischen Folgen, natürlich vor allen Dingen auch der medizinischen Folgen uns anschauen, kann man jetzt, glaube ich, schon einige Schlussfolgerungen ziehen. Und zwar was den Instrumentenkasten angeht. Ich weiß, viele wünschen sich jetzt am liebsten, dass es schon sozusagen zu jedem einzelnen Instrument eine Aussage gibt, aber das ist natürlich am ersten Tag noch nicht möglich. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir aber im Laufe des Juli in der Koalition einen guten Vorschlag machen werden können, mit großer Einigkeit, denn schon am ersten Tag, an dem dieser Bericht veröffentlicht worden ist, gibt es schon in Bezug auf viele Fragen eine große Einigkeit. Erstens, wir können nach dem, was wir heute wissen, sicher sagen, dass Eingriffe wie Lockdowns, wie Schulschließungen und Ausgangssperren nicht mehr verhältnismäßig sind. Mit diesen Instrumenten wollen wir nicht mehr arbeiten. Wir können sicher sagen, dass Impfungen ein ganz wichtiges Element sind, um Deutschland winterfest zu machen. Deshalb werden wir eine Impfkampagne organisieren, sowohl eine Impfkampagne, die sich auf Covid-19 bezieht, aber auch die Grippeimpfung ist wichtig, damit wir das Gesundheitssystem absichern gegen eine Doppelbelastung, sowohl einer Covid-Welle wie auch einer möglichen Grippewelle. Das ist ein wichtiges Instrument. Wir sind uns einig, dass wir noch bessere Instrumente brauchen für die Gefahrenprognose. Da haben wir heute im Kabinett auch schon die ersten Konsequenzen gezogen. Das heißt, heute ist ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht worden, der eine Übermittlungspflicht von Belegungsdaten, sowohl was Intensivstationen wie auch was Normalstationen angeht, an das Robert-Koch-Institut. Damit wird es in Zukunft möglich sein, präzisere Aussagen über die frei zur Verfügung stehenden Betten, über die Belegungsdaten und auch über die Frage abzugeben, ob Menschen mit Covid-19 oder wegen Covid-19 in den Krankenhäusern liegen. Wir werden außerdem Abwasserscreenings auf den Weg bringen und auch die Sentinel-Studien verbessern, sodass wir ein wesentlich besseres Lagebild haben werden und deshalb auch bei den Gefahrenprognosen sehr viel Genaueres sagen können. Auch das ist ein Beitrag zu evidenzbasierterer und rechtsstaatlicherer Corona-Politik. Wir haben außerdem gesehen, dass Instrumente wie beispielsweise die Maske in Innenräumen ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis hat. Deshalb wird sie natürlich auch eine Rolle im Schutzkonzept für den Herbst spielen. Aber alle weiteren Details werden wir jetzt in Zukunft in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen miteinander besprechen. Und ich kann sicher sagen, wir werden ein gutes Konzept, um Deutschland winterfest zu machen, in Kürze dem Land vorlegen können. Und dazu hat dieser Bericht einen wichtigen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank. Herr Buschmann, Sie und die FDP haben schon in Oppositionszeiten gesagt, dass Grundrechtseingriffe faktenbasiert sein müssten und entschieden werden sollten. Nun sagen die Sachverständigen, dass es nicht genug Daten gibt, dass ihnen die Grundlage fehlt mit Daten. Wer ist schuld daran? Wer hätte diese Daten beschaffen müssen? Das RKI, der Vorgänger von Herrn Lauterbach, Herr Spahn, wer trägt dafür die Verantwortung, dass diese Grundlage fehlt? Ihr Parteifreund Kubicki hat ja auch den Rücktritt von Herrn Wieler gefordert. Wie stehen Sie dazu? Also schauen Sie, wir freuen uns erstmal, dass wir für unsere Position Rückendeckung bekommen, dass man evidenzbasiert die Entscheidung treffen muss. Und schauen Sie, Politik hat die Aufgabe, Zukunft zu gestalten. Deshalb konzentriere ich mich jetzt darauf, dass wir eine hohe Einigkeit haben. Und ich freue mich deshalb auch sehr, dass sich der Gesundheitsminister gerade in den letzten Wochen sehr dafür eingesetzt hat, dass wir heute den Gesetzentwurf im Kabinett verabschieden konnten, der genau dafür sorgt. Auch meine Kollegin Bettina Stark-Watzinger hat ja eine große empirische Studie zum Status der Immunisierung in der Bevölkerung auf den Weg gegeben. Das heißt, diese Bundesregierung handelt, um sich an diesem Maßstab zu orientieren, dass wir mehr Daten bekommen, bessere Daten bekommen und dadurch evidenzbasierter entscheiden können. Ja, nur als Nachfrage. Wer muss dann aus Ihrer Meinung nach den Impuls geben für diese Datensammlung, damit auch genügend Datenmaterial da ist? Muss das aus dem Gesundheitsministerium kommen? Ist das das RKI? Ach, schauen Sie, wissen Sie, wenn man im Nachhinein versucht, sozusagen Lorbeeren zu verteilen, dann bringt das, glaube ich, die Debatte nicht voran. Wir wollen ja jetzt gemeinsam als Fortschrittskoalition Erfolge auf den Weg bringen. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir uns freuen sollten, dass jetzt ein riesiger Fortschritt heute erreicht worden ist. Mit dem 1.7. haben wir im Kabinett diesen Gesetzentwurf beschlossen, der im vollen Einklang auch mit dem ist, was sowohl der Corona-Expertenrat uns empfohlen hat, wie auch das, was der Evaluierungsbericht jetzt empfiehlt. Nämlich, dass wir bessere Daten bekommen, dass wir eine präzisere Gefahrenprognose abgeben können. Schauen Sie, was ja auch zur Akzeptanz der Entscheidung beiträgt. Denn wir alle wissen, wie lange alleine über diese Frage diskutiert wurde, was diese Belegungsdaten eigentlich aussagen. Da haben wir jetzt gemeinsam einen großen Fortschritt erreicht. Und das ist doch das Entscheidende. Sie haben auch angesprochen, dass Masken eine wichtige Rolle weiterhin spielen werden. In der Corona-Bekämpfung haben Sie sich aber in der Vergangenheit jetzt gegen eine Maskenpflicht öfter mal ausgesprochen. Haben Sie da Ihre Meinung geändert? Oder wenn nicht, was spricht dann aus Ihrer Sicht gegen die Maskenpflicht gerade mit Blick auf eine sinnvolle Kosten-Nutzen-Abwägung? Ja, ich bin Ihnen für die Frage dankbar, weil sie mir erlaubt, einen journalistischen Fehlschluss zu korrigieren. Ich habe das auch immer wieder gelesen. Aber ich habe ja nie für oder gegen eine Maskenpflicht plädiert, sondern ich habe gesagt, wir haben doch einen Fahrplan. Und wir haben einige der besten Expertinnen und Experten unseres Landes damit beauftragt, zunächst einmal für alle Maßnahmen die Kosten-Nutzen-Argumente zusammenzustellen. Und ich glaube, es gebietet der Respekt vor diesem Gremium und vor den Expertinnen und Experten, dass man nicht vorher schon anfängt, Schlussfolgerungen zu ziehen, bevor alle Informationen vorliegen. Genau das bedeutet ja, evidenzbasierte Politik zu betreiben. Und jetzt werden wir gemeinsam auswerten, was das heißt. Der Evaluierungsbericht sagt ja eben, dass die Maske in Innenräumen einen wichtigen Beitrag leisten kann. Und unter welchen Bedingungen das jetzt ein Baustein der Winterfestigkeit dieses Landes sein wird. Und ich bin mir sehr sicher, das wird ein Baustein sein. Das werden wir jetzt in der Koalition gemeinsam besprechen. Das heißt, Sie schließen eine Maskenpflicht aber grundsätzlich nicht aus? Habe ich nie getan. Sondern wenn man zu diesem Instrument greift, wenn es gute Gründe dafür gibt, dann ist das möglich. Ich will mal daran erinnern, dass die FDP eine der ersten Parteien waren, die gesagt hat, wenn die Maske beispielsweise in der Frühphase der Pandemie, als wir noch keine Impfstoffe hatten, wenn die Maske ein Instrument ist, das zum Beispiel Lockdowns und Betriebsschließungen vermeidet, dann kann man natürlich damit arbeiten. Es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Und deshalb werden wir jetzt ein Gesamtkonzept erstellen. Und in diesem Gesamtkonzept wird die Maske sicherlich eine Rolle spielen. Was ist weitere Fragen? Entschuldigung, ich bin jetzt etwas zu spät, weil ich frisch aus dem Gesundheitsministerium komme. Herr Minister Lauterbach sagte gerade, er hätte mit Ihnen jetzt anderthalb Stunden schon gesprochen. Also welchen Einfluss hat das Gutachten, das ja eher in die Richtung geht, Maßnahmen in der Verhältnismäßigkeit deutlich abzuklopfen und zu gucken, nicht so viele Maßnahmen zu ergreifen? Entschuldigung. Ich halte nichts davon, jetzt salamischeibenartig einzelne Dinge aus dem Kontext zu reißen, sondern wir werden im überschaubaren Zeitraum ein Gesamtkonzept vorlegen. Und dieses Gesamtkonzept wird sicherstellen, dass wir gut durch den Winter kommen und es wird sicherstellen, dass gleichzeitig wir so viel Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger wie möglich erhalten. Ich würde noch gerne eine Frage nachschieben, auch wenn es vielleicht schon gestellt wurde, die Frage, was die Rolle von Bieler bzw. dem RKI betrifft. Es ist ja die Uraufgabe auch des Robert-Koch-Instituts, Daten zu erheben und sie sozusagen zur Verfügung zu stellen, was offenbar nur sehr bruchstückhaft passiert ist. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen würden, Herr Bieler ist eigentlich nicht mehr tragfähig? Also zunächst einmal, die FDP hat sich immer dafür eingesetzt, ich auch ganz persönlich, dass wir evidenzbasierte Entscheidungen treffen, nicht Pi mal Daumenpeilung machen. Dass wir deshalb auch mehr Daten und bessere Daten brauchen für eine präzisere Gefahrenanalyse. Wir haben heute im Kabinett dafür einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Dieser Gesetzentwurf wird dafür sorgen, dass wir mehr wissen über die Bettenbelegungsquoten, über die freien Betten, die zur Verfügung stehen, also unter welcher Last das Gesundheitssystem steht. Es wird präzisere Prognosen zulassen, weil wir eben das Abwasserscreening einführen werden und so weiter und so fort. Und deshalb, glaube ich, sind wir für die Zukunft viel besser aufgestellt, als wir es in der Vergangenheit waren. Und was organisatorische Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Bundesgesundheitsministers angeht, da bitte ich um Nachsicht genauso wenig, wie ich mir von einem anderen Minister in meinem Geschäftsbereich hereinreden lassen würde. Ich glaube, ich glaube, ich würde Karl Lauterbach selber wissen, was jetzt das Richtige ist, was er zu tun hat. Vielen Dank. Entschuldigung, danke nochmal. Alles klar, vielen Dank. Wir werden ein gutes Konzept vorlegen, um Deutschland winterfest zu machen, sagt Bundesjustizminister Buschmann. Der Bericht der Experten in Bezug auf die Corona-Maßnahmen kritisiert, dass es eben viel Macht in den Händen der alten Bundesregierung gab in dieser Pandemie und das Parlament außen vor war. Ja, Eingriffe wie Lockdown, Schulschließungen und Ausgangssperren seien nicht mehr verhältnismäßig. Damit wollen wir nicht mehr arbeiten, sagte Buschmann. Das nur einiges vorab. Weitere Informationen werden wir jetzt gleich auch erhalten von meinem Kollegen Thomas Berding, der für uns in Berlin ist und mit dem wir jetzt die Möglichkeit haben zu sprechen. Was löst denn diese Bericht?